Ah, das muss die Türklingel sein. Es ist sicher Krümelmonster, der mit mir frühstücken will. Ich hab ihn nämlich eingeladen. Herein! Einen schönen guten Morgen, Ernie! Oh, guten Morgen, Krümel! Hast du Hunger auf Frühstück? Ja, ich bin hungrig. Sehr gut. Da ist nur noch eins, Krümel. Ich hab vergessen, dich zu fragen, was du gern frühstückst. Ich hab alles besorgt, was man zu einem guten Frühstück braucht. Und was du willst. Was willst du? Oh, Ernie, da ist nur eins. Da gibt's nur eins. Eins, das ich immer zum Frühstück esse. Immer ist ich nur eins zum Frühstück. Kannst du mir glauben. Wirklich? Und was? Es ist ein Keks. Hä? Weich gekocht. Mit dem Glaskeks. Krümelkekse auf dem Ei. Das hab ich stets. Gern. Gemocht. Spiegel und rühre Kekse esse ich leicht zwei oder drei. Bratkekse. Mach keine Mühe. Mein Frühstück. Ich brauche gar nicht so viel. Spiegel, Spiegel und rühre Keks sind mein Glück. Und ein Glas Keks. Krümelkekse auf dabei. Wie ist das alles, was du immer frühstückst? Klar, Ernie, tut das nicht jeder so. Aber nein, ich esse ganz verschiedene Sachen zum Frühstück. Wirklich? Na sicher. Manchmal esse ich ein Tellerchen. Haberflocken, beleckte Brötchen. Und manchmal esse ich manchmal. An anderen Tagen kann mich nur Spiegel einlocken. Und manchmal esse Puffer oder Waffeln. Ich in größerer Zahl. Ich trinke frische Milch, Schokolade und viele Säfte. Und manchmal esse ich mir auch nur noch Tee zumut. Ja, so ein knackiges Frühstück, was sterben die Kräfte. Deshalb frühstück ich auch so gern und gut. Äh, ne, ich mag nicht all diese verschiedenen Sachen zum Frühstück. Oh, sicher magst du sie. Ich muss es nur mal versuchen. Nein, danke. Ich mach lieber meine Lieblingsfrischstück. Ja. Manchmal esse ich ein Tellerchen. Aberflocken. Mit dem Glas Keks. Krümelkekse auf dabei. Es ist manchmal. Das hab ich stets. An anderen Tagen kann ich nur Kwiegel einlocken. Spiegel und Triegel, Kekse, Essiglein, zwei oder drei. Brauch keine Milch. Ich trinke frische Milch, Schokolade und viele Säfte. Ich brauch gar nicht so viel. Ich brauch gar nicht so viel. Spiegel und Triegel, Kekse. Ja, so ein knackiges Frühstück, was sterben die Kräfte. Es war frisch, ich hab so gern und gut. Tja, ich glaube, Krümelmonster, dass wir beide ganz unterschiedliche Zutaten zum Frühstück essen wollen. Ja, du hast recht, Ernie. Leider. Ja, aber weißt du was? Ich hab leider keine Kekse. Oh, Ernie. Und Krümelkekssaft hab ich auch nicht im Haus. Nein. Aber, pass mal auf, Krümel. Ja. Wir haben das hier. Ja. Eine große Menge frische Eier haben wir hier. Ja. Und ne Bratpfanne. Na, was meinst du dazu, Krümel? Ja, warum nicht? Mal was anderes. Na, bitte. Ja gut. Wir, wir teilen. Du nimmst die Eier hier. Was? Und ich nehme die Bratpfanne. Oh nein.